Um die Führerscheinprüfung bestehen zu können, darfst du nicht mehr als 10 Fehlerpunkte haben. Diese Frage gibt alleine schon 5 Fehlerpunkte. In diesem Video zeige ich dir 30 originale Prüfungsfragen aus deiner theoretischen Führerscheinprüfung, damit du die Prüfung auch auf Anhieb bestehen kannst. So, wir fangen direkt an mit dieser Vorfahrtsfrage. Vorfahrtsfragen geben meistens immer volle 5 Fehlerpunkte. Wenn du zwei von diesen Vorfahrtsfragen falsch beantwortest, gilt die Prüfung auch schon als nicht bestanden. Also Vorfahrt sollte auf jeden Fall sitzen. Und die Frage hier ist... Wie verhalten Sie sich hier richtig? Ich fahre vor der Mofa-Fahrerin. Ich warte, bis die Mofa-Fahrerin abgebogen ist. Ich warne die Mofa-Fahrerin durch Hupen. Also wir haben keine Verkehrszeichen. Das heißt, die Regel rechts vor links gilt. Die Mofa-Fahrerin ist rechts vor uns. Wenn du nicht weißt, in der Fahrschule wo rechts und links ist, dann immer da, wo der Rechthaber sitzt, also der Fahrlehrer. Auf diese Seite musst du immer ein besonderes Augenmerk legen. Und in dem Fall darf die Mofa-Fahrerin natürlich vor uns fahren. Oder in dem Fall abbiegen. Also auch in dem Fall haben wir keine Verkehrszeichen. Das heißt, es gilt wieder rechts vor links. Der Motorradfahrer befindet sich rechts vor uns. Und wir befinden uns rechts vor der Radfahrerin. Das heißt, als erstes fährt der Motorradfahrer, dann fahren wir. Und als letztes fährt in dem Fall die Radfahrerin. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Ja, das Motorrad muss mich vorbeilassen. Nein, ich darf vor der Radfahrerin abbiegen. Genau das kreuzen wir hier an. Okay, also in dem Fall haben die 80 Meter jetzt eher weniger Bedeutung. Also da müssen wir nichts ausrechnen oder so. Wir gehen natürlich immer vom Schlimmsten aus, also von Gefahren, dass die Kinder über die Straße rennen, hinter dem Bus, dass wir sie eventuell nicht sehen können, dass die von beiden Seiten über die Straße gerannt kommen. Und natürlich kreuz und quer. Also hier kreuzen wir immer Ja und Ja an. Gibt auch volle fünf Fehlerpunkte. Was müssen Sie in dieser Verkehrssituation beachten? Ich darf die Fahrstreifenbegrenzung nicht überfahren. Ich darf die Fahrstreifenbegrenzung zum Überholen überfahren. Ich darf die Fahrstreifenbegrenzung überfahren, wenn es der Gegenverkehr zulässt. Also die Fahrstreifenbegrenzung ist die durchgezogene Linie in der Mitte. Achtung, es gibt noch eine Fahrbahnbegrenzung und das ist diese Linie hier an der Seite. Nicht verwechseln. Fahrbahn und Fahrstreifen. Und diese Fahrstreifenbegrenzung, die dürfen wir nicht überfahren. Das heißt auch nicht zum Überholen oder wenn da kein Gegenverkehr kommt. Wir dürfen da einfach nicht drüber fahren. Und in dem Fall kreuzen wir einfach an. Ja, wir dürfen nicht drüber fahren. Was haben Sie bei diesem Verkehrszeichen zu beachten? Rot dreieckig mit der Spitze nach oben gehört zu den Gefahrenzeichen. Also warnt uns immer vor etwas. Vorauswahrende Fahrzeuge könnten plötzlich abbremsen. Halten und parken ist zu vermeiden. Steine könnten auf der Fahrbahn liegen. Ah, genau. Also meistens warnt uns das Verkehrszeichen immer genau von der Situation, die auf dem Bild zu sehen ist. Es könnten also Steine schon auf der Fahrbahn liegen. Dementsprechend könnten Fahrzeuge vor uns abbremsen. Es könnte aber auch sein, dass der Gegenverkehr diesen Steinen versucht auszuweichen und dann auf unsere Fahrbahnseite kommt. Also, naja. Und halten und parken wäre natürlich auch gut, wenn du da dein Auto nicht abstellst. Sonst kommst du in ein paar Stunden wieder und hast dann so einen Stein auf deinem Auto liegen. Sie nähern sich einer so gekennzeichneten Haltestelle. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie dort Kinder sehen? Okay, nochmal eine Frage zur Haltestelle. Auch wieder fünf Fehlerpunkte. Die Geschwindigkeit muss nicht vermindert werden, wenn ein Bus in einer Haltebucht hält. Eine Verminderung der Geschwindigkeit ist nur erforderlich, wenn dort ein Schulbus hält. Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit bleiben. Also, die Gefahr geht ja hier nicht vom Bus aus, sondern von den Kindern oder von den Personen, die über die Straße rennen. Dementsprechend sollten wir euch auf jeden Fall die Geschwindigkeit verringern, bremsbereit sein, also einfach erhöhte Aufmerksamkeit. Und wenn du schon siehst, dass da Kinder am Straßenrand sind, die sich da eventuell schubsen oder so, dann fahr bremsbereit. Das heißt, linker Fuß vor der Kupplung, rechter Fuß vor der Bremse, damit du, falls ein Kind auf die Straße fliegt, du die Pedale einfach nur noch reindrücken brauchst. Wodurch kann die Fahrtüchtigkeit herabgesetzt werden? Durch Übermüdung, durch Alkohol und andere berauschende Mittel, durch bestimmte Medikamente. Also, die Frage ist, was kann dazu führen, dass du nicht, dass du dich nicht mehr fahr, oder, nee, anders gesagt. Also, die Frage ist, was kann dazu führen, dass du nicht mehr ein Fahrzeug richtig fahren kannst. Und auf jeden Fall Übermüdung, kennst du ja, wenn du müde bist, dann bist du nicht mehr aufmerksam. Alkohol, logisch, Medikamente, gewisse Medikamente können auch die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Also, hier kreuzen wir einfach 1, 2 und 3 an. Ein Video, 4 Fehlerpunkte. Wir sind auf einer Vorfahrtstraße. Das ist immer gut zu wissen. Das heißt, die von rechts und links interessieren uns eigentlich nicht. Jetzt haben wir hier den Bus. Okay, da muss ich mich verbessern. Also, durch den Bus können natürlich auch Gefahren entstehen. Und zwar in dem Fall fährt der Bus aus dieser Haltebucht raus. Und der Bus ist ja unfassbar breit. Das heißt, er wird wahrscheinlich ein bisschen auf unsere Straßenseite ausscheren. Also, in dem Fall sollten wir auf jeden Fall ein bisschen die Geschwindigkeit reduzieren. Vielleicht sogar bremsbereit fahren. Wenn es ein bisschen länger dauert, kannst du die Pedale reindrücken. Und wenn der Bus dann schon weg ist, drückst du einfach wieder aufs Gas. Also, wir kreuzen an. Der Bus wird auf unsere Fahrbahnseite ausweichen. Das Quad, das ist dieses weiße Ding mit den vier Rädern. Das sieht jetzt nicht so aus, als ob der gerade anfahren möchte. Aber wir sehen natürlich nicht, was hinter dem Bus passiert. Und wenn da Leute gerade ausgestiegen sind, können die natürlich direkt wie scheue Rehe über die Fahrbahn rennen. Wie schätzen Sie die Situation ein? Die Fußgängerin kann unachtsam die Fahrbahn betreten. Der Fußgänger mit dem Mofa kann plötzlich die Richtung ändern. Ich kann unvermindert weiterfahren. Die Frage kennen wir, glaube ich, schon aus dem letzten Video. Da haben wir auf jeden Fall angekreuzt, dass natürlich die Fußgängerin und der Mofa-Fahrer, der seinen Mofa liebt und schiebt, dass die unberechenbar sind und natürlich über die Straße rennen können oder die Richtung wechseln. Und ja, im Grunde ist es halt einfach eine unübersichtliche Situation. Also hier wäre auf jeden Fall zweiter Gang bremsbereit mehr als angebracht. Womit müssen Sie rechnen? Das geschulte Auge sieht gleich, dass das eine Einbahnstraße ist. Das solltest du auf jeden Fall sofort erkennen, weil alle Autos, also in beiden Richtungen, in Fahrtrichtung parken. Das heißt, kommst du in der praktischen Prüfung hier an, dann wird der Prüfer dich höchstwahrscheinlich links abbiegen lassen, weil er sehen möchte, dass du dich richtig zum Linksabbiegen einordnest. Diesen Fehler darfst du in der praktischen Prüfung übrigens einmal machen. Das heißt, wenn du dich dann aus Versehen doch falsch einordnest, dann wird er mit dir nochmal eine Einbahnstraße aufsuchen. Und solltest du dich dann wieder falsch einordnen, dann wäre die Prüfung vorbei. Solltest du es beim zweiten Mal allerdings checken und dich dann richtig einordnen, dann drückt er nochmal ein Auge zu. Also das ist einer der Aufgaben, die du lösen musst in der Prüfung. Da darfst du dir mal einen kleinen Fehler erlauben. Hättet ihr Interesse, dass ich ein extra Video zu dem Thema drehe, welche Sachen in der Prüfung absolute No-Gos sind, wo du direkt durchfällst und welche, die man sich vielleicht einmal erlauben kann? Schreib es unten in die Kommentare und lass auf jeden Fall ein Like unter dem Video da. Also wir gehen natürlich immer vom Schlimmsten aus. Wir haben hier das Gefahrenzeichen, dass da Kinder über die Straße rennen können. Steht meistens im Bereich von Schulen, Spielplätzen, überall da, wo sich halt Kinder aufhalten können, Kindergärten. Und dementsprechend rennen natürlich auch Erwachsene auf die Straße. Also hier kreuzen wir 1 und 2 an. Womit müssen Sie rechnen? Ja, ähnliches Bild wie mit dem Mofa-Fahrer vorhin. Dass Fahrzeuge anfahren. Dass Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn treten. Dass Fahrzeugtüren geöffnet werden. Ja, also auch hier ist ziemlich viel los. Da müssen wir eigentlich von allem ausgehen. Also grundsätzlich gehen wir eigentlich immer vom Schlimmsten aus. Also hier 1, 2 und 3. Mit welchem Verhalten von Radfahrern müssen Sie rechnen? Radfahrer benutzen Einbahnstraßen in beide Richtungen. Radfahrer benutzen Radwege auf der falschen Seite. Radfahrer benutzen keine Beleuchtung bei Dunkelheit. Ja, ja. Wenn du Autofahrer bist, dann wirst du die Radfahrer hassen. Oder wenn du Fußgänger bist, dann hast du auch die Radfahrer genauso wie Radfahrer. Und andere Radfahrer, die sich in Einbahnstraßen entgegenkommen. Oder auf dem Radweg in der falschen Richtung fahren. Oder bei Dunkelheit ohne Beleuchtung fahren. Immer dieser Radfahrer. Wer hält falsch? Ja, also der Rote oder der Weiße. Der Weiße hält in dem Fall falsch, weil er die Sicht auf den Fußgängerüberweg verdeckt. Kommst du also hier an, dann siehst du nicht, ob sich hier zum Beispiel Kinder befinden. Dementsprechend wäre das schlecht, wenn hier der Weiße stehen würde. Beim Roten ist es in Ordnung. Der steht nach dem Fußgängerüberweg. Aber hier werden wir auf jeden Fall ankreuzen. Der Weiße Pkw. Nicht beide ankreuzen, sonst kassierst du hier die drei Fehlerpunkte. Klingt schon ganz logisch, rechts dran vorbeifahren. Aber in dem Fall sagt er uns mit dieser Flagge, dass wir bitte warten sollen, weil wahrscheinlich gleich ein Zug kommt, gleich die Anlage ausgefallen ist. Also wir kreuzen an. Wir werden vor dem Andreaskreuz warten. Andreaskreuz heißt nichts anderes, als dass dem Schienenverkehr Vorrang zu gewähren ist. Also nochmal, zwei Fahrzeuge kommen an eine Kreuzung und können gleichzeitig voreinander links abbiegen. Das ist der Normalfall. Es gibt wenige Ausnahmen, wo hintereinander abgebogen wird. Aber im Normalfall fahren beide in die Mitte der Kreuzung und dann voreinander wird abgebogen. Kennst du wahrscheinlich schon aus deiner praktischen Ausbildung. Der Fahrlehrer möchte dich links abbiegen lassen. Du fährst zu weit in die Kreuzung rein. Er drückt dir in die Bremse und sagt, du stehst falsch. Und du wunderst dich und denkst dir so, hey, ich verstehe das einfach nicht mit dem Linksabbiegen. Also das liegt daran, dass du einfach zu weit in die Kreuzung reingefahren bist. Okay, Video gibt vier Fehlerpunkte. 70 sind erlaubt, Überholverbot auch gut zu wissen. Denn der Lkw darf ja nur 60 auf der Landstraße fahren. Motorrad befindet sich jetzt im toten Winkel. Und wir haben uns relativ spät dazu entschieden, hier links abzubiegen. Da sollte man natürlich frühzeitig den Blinker setzen, dann wäre der Motorradfahrer vielleicht auch etwas geduldiger gewesen. Hier sieht man ihn noch so ein bisschen, aber der ist auf jeden Fall im toten Winkel. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? Ich bremse ab. Ich wechsle umgehend auf den linken Fahrstreifen. Ich bleibe zunächst auf dem rechten Fahrstreifen. Also wir haben erstmal kein Fahrzeug hinter uns. Das ist ganz gut. Der rote ist noch relativ weit weg. Mindestens 50 Meter. Das erkennen wir hier an den Leitpfosten. Dementsprechend können wir erstmal die Geschwindigkeit etwas reduzieren. Natürlich bleiben wir erstmal auf dem rechten Fahrstreifen. Wenn das Motorrad vorbei ist, dann können wir noch auf den linken Fahrstreifen wechseln. Wäre jetzt hinter uns mehr los, also wären die Fahrzeuge dichter, dann wäre das nicht möglich. Sie möchten nach links abbiegen. Welche Fahrlinie müssen Sie einhalten? Ja, da das keine Einbahnstraße ist, wir müssen uns ja immer möglichst weit links einordnen zum Linksabbiegen. Da das allerdings keine Einbahnstraße ist, müssen wir mit Gegenverkehr rechnen. Also wir ordnen uns möglichst weit links ein, aber noch so, dass einer entgegenkommen könnte. Also in dem Fall die rechte Fahrtlinie. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation? An der Haltlinie anhalten. An der Sichtlinie anhalten. Die Kreuzung ohne anzuhalten überqueren. So, viele sehen jetzt das Stoppschild und denken sich, oh mein Gott, da muss ich auf jeden Fall stehen bleiben. Aber bedenke, Ampel zählt immer mehr als Verkehrszeichen. Das heißt, wenn die Ampel grün zeigt, dann fahr, dann darfst du fahren, dann hat der Querverkehr rot. Wenn die Ampel aus ist, das heißt gelb blinkt zum Beispiel oder komplett aus ist, dann zählen die Verkehrszeichen und dann müsstest du erst mal an der Haltlinie stehen bleiben. Aber so auf jeden Fall Kreuzung ohne anzuhalten überqueren. Zwei Fahrzeuge kommen sich auf einer Kreuzung entgegen. Beide Fahrzeuge möchten jeweils nach links abbiegen. In welchem Ausnahmefall müssen sie hintereinander abbiegen? Ah, sehr schön. Das passt ja gut zu der Frage davor. Also grundsätzlich wird immer voreinander abgebogen. Die Frage ist jetzt, in welchen Fällen man hintereinander abbiegt. Also dann fahren beide so in die Kreuzung rein und dann hintereinander. Ist natürlich ein bisschen umständlicher, weil sich dann ihre Fahrtwege kreuzen. Und wenn die Verkehrslage es erfordert, wenn eine gleichrangige Kreuzung befahren wird, wenn die Gestaltung der Kreuzung es erfordert. Also das mit der gleichrangigen Kreuzung kannst du direkt wegstreichen. So was gibt es nicht. Was ist eine gleichrangige Kreuzung? Noch nie gehört. Das hat sich irgendjemand ausgedacht. Aber wenn die Gestaltung der Kreuzung es erfordert, dann hast du Markierungen auf dem Boden, also Fahrstreifen und die sagen dir auch, wie dann abzubiegen ist. Also dass man hintereinander abbiegt. Das wirst du dann aber auf der Fahrbahn sehen und wie gesagt, es sind wenige Ausnahmen. Richtig ist auch, wenn es die Verkehrslage erfordert, also wenn aus irgendwelchen Gründen so viele Fahrzeuge irgendwie schon falsch drinstehen, dass du nicht mehr richtig abbiegen kannst, dann ist ein bisschen Ermessenssache von dir, aber auch vom Prüfer, wie du damit umgehst. Und dann ist es eventuell auch richtig hintereinander abzubiegen. Aber ich sage dir jetzt gleich, dass es theoretisch ist und in der Praxis könnte es ein bisschen anders aussehen, aus eigener Erfahrung von der Prüfung her. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe auf ebener Fahrbahn. Wie sollten Sie schalten, um besonders umweltbewusst und sparsam zu fahren? So spät wie möglich zurückschalten. Gänge bis in den oberen Drehzahlbereich ausfahren und dann schalten. So früh wie möglich hochschalten. Wie beim Fahrrad auch, umso früher du hochschaltest, desto weniger musst du strampeln, musst du arbeiten und desto weniger Energie kostet es dich. Beim Auto ist es ganz genauso. Gänge bis in den oberen Drehzahlbereich ausfahren und dann schalten würde bedeuten, du fährst im ersten Gang an, musst ganz, ganz, ganz viel treten, schaltest dann erst in den zweiten, musst dann ganz, ganz, ganz viel treten und dann in den dritten. Und beim Auto ist es ganz genauso. Also das wäre natürlich sehr kraftaufwendig, deswegen kreuzen wir das nicht an. Aber so spät wie möglich zurückschalten ist auch richtig. Und zwar liegt es an der Motorbremse und der sogenannten Schubabschaltung. Wenn du vom Gas weggehst, verbraucht das Auto keinen Kraftstoff. Umso höher der Gang ist, desto länger rollt das Auto. Wenn der Gang niedrig ist, dann hast du eine stärkere Motorbremse, die das Auto stärker abbremst. Und wenn du spät zurückschaltest, also später runterschaltest, dann ist diese Rollphase einfach länger. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen kompliziert gewesen. Da könnte man mal auch ein extra Video draus drehen. Aber wie gesagt, 1 und 3 sind hier richtig. Sie werden überholt und der Gegenverkehr kommt gefährlich nahe. Trotzdem setzt das andere Fahrzeug den Überholvorgang fort. Wie verhalten Sie sich? Das muss man uns ein bisschen vorstellen. Wir sitzen in einem Auto auf der Landstraße und wir werden gerade von einem anderen Fahrzeug überholt. So, jetzt kommt Gegenverkehr und du denkst dir so, Mist, das schafft er ja gar nicht mehr. Die Frage ist jetzt, was tun wir? Ich fahre äußerst rechts und behalte die Geschwindigkeit bei. Ich fahre äußerst rechts und erhöhe die Geschwindigkeit. Ich fahre äußerst rechts und verringere die Geschwindigkeit. Das ist natürlich die humanste Methode. Möglichst weit rechts fahren. Im Notfall würden auch drei Fahrzeuge nebeneinander auf zwei Fahrspuren passen. Und natürlich die Geschwindigkeit verringern ist immer gut. Also möglichst weit rechts und Geschwindigkeit verringern. Fünf Fehlerpunkte. Sie fahren auf einem Einfädelungsstreifen. Wie verhalten Sie sich? Einfädelungsstreifen ist dieser Streifen auf der Autobahn, der auf die Autobahn führt. Also da, wo du beschleunigen musst, Gang und Geschwindigkeit anpasst, die Spiegel kontrollieren musst. Und ja, genau. Also der Fahrstreifen, mit dem du immer Probleme hast. Immer bis zum Ende des Einfädelungsstreifens fahren. Dort anhalten und dann einfahren. Angemessen beschleunigen, möglichst nicht anhalten, unter Beachtung der Vorfahrt einfädeln. An langsameren Fahrzeugen, die auf der durchgehenden Fahrbahn fahren, rechts vorbeifahren und vor diesen einfädeln. Das ist richtig. Wir kreuzen hier zwei und drei an. In der Praxis sieht es so aus. Du legst den dritten Gang ein. Also es kommt mal ein bisschen auf die Situation drauf an. Aber dritter Gang ist eine gute Hausnummer, weil du da gut beschleunigen kannst. Und weil der dritte Gang eine hohe Geschwindigkeitsspanne abdeckt. Den kannst du schon bei 30 kmh einlegen. Der geht aber auch bis 100, 120 kmh. Das heißt, du musst dich dann um nichts mehr kümmern. Also nicht mehr um das Schalten. Sondern du kannst im dritten Gang fahren. Spiegel kontrollieren, den Blinker setzen, in toten Winkel schauen. Die Geschwindigkeit der Lücke anpassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn da zum Beispiel LKWs mit 80 fahren, dann darfst du auch in dem Fall rechts auf diesem Einfädelungsstreifen überholen und vor dem LKW dann auf die Autobahn fahren. Wichtig ist nur, dass du den LKW dann komplett im Innenspiegel sehen kannst. Denn nur dann hast du genügend Abstand zum LKW. So, vier Fehlerpunkte gibt diese Videofrage. Geschwindigkeit ist jetzt 70. Okay. Wir fahren auf eine Bergkuppel zu. Das heißt, wir sehen nicht, was dahinter passiert. Da könnten Fahrzeuge liegen geblieben sein, Tiere. Oder in dem Fall kommt uns ein Motorrad entgegen. Ganz klein am Horizont. Ist natürlich immer sehr, sehr gefährlich, wenn da jemand überholt, der nicht sehen kann. Also nicht seine komplette Strecke, die er zum Überholen braucht, sehen kann. Und ja, die Frage ist, warum müssen wir hier verzögern? Wegen des Traktors, wegen des Geländewagens, nein, wegen des Motorrades. Also da das Video vielleicht am besten zweimal anschauen, weil manchmal sind die Objekte da so klein, da siehst du die gar nicht. Wozu neigt ein PKW mit Hinterradantrieb, wenn man in der Kurve zu viel Gas gibt? Er neigt dazu, vorne auszubrechen. Er neigt dazu, hinten auszubrechen. Er neigt zum Untersteuern. Also manche Fahrzeuge haben sogenannten Hinterradantrieb. Das heißt, die Hinterräder werden durch den Motor angetrieben. Andere Fahrzeuge haben Vorderradantrieb. Da werden die Vorderräder angetrieben. Oder du hast Allrad, dann werden halt alle Räder angetrieben. Und wenn du in einer Kurve ein bisschen mehr Gas gibst, zum Beispiel im Winter, wenn die Straße rutschig ist, aber auch im Sommer, wenn du da ein bisschen mehr Gas gibst, dann wird das Hinterteil des Autos ausbrechen. Und das nennt man Übersteuern. Und wenn du ein Auto mit Frontantrieb hast, dann nennt man das Untersteuern. Und deswegen kreuzen wir hier nur die zweite Antwortmöglichkeit an. So, fünf Fehlerpunkte gibt diese Videofrage. 130 kmh sind erlaubt. Ja, jetzt macht der blaue was, was er eigentlich nicht machen dürfte. Er erhöht die Geschwindigkeit, obwohl wir ihn gerade überholen. Also, in dem Fall dürfen wir natürlich nicht einfach aufs Gas drücken, weil wir schon 130 kmh schnell fahren. Wir werden also in dem Fall... Ich beschleunige und setze den Überholvorgang fort. Ich breche den Überholvorgang ab und ordne mich rechts ein. Ich setze den Überholvorgang mit gleichbleibender Geschwindigkeit fort. Ja, das wird uns nicht viel bringen. Also, wir werden den Überholvorgang in dem Fall abbrechen und einfach hinter dem blauen wieder einscheren. Was soll mit der Teilnahme an einem Aufbauseminar innerhalb der Probezeit erreicht werden? Aufbauseminar wünsche ich keinem von euch. Das müsstest du zum Beispiel machen, wenn du über eine rote Ampel fährst oder irgendwie irgendwas Schlimmes machst, dass du deine Probezeit von zwei auf vier Jahre verlängerst. Und dann musst du zu so einem Aufbauseminar. Das ist nicht schön. Eine Verbesserung der Gefahrenerkennung. Eine rücksichtsvollere und risikobewusstere Einstellung zum Straßenverkehr. Ein Abbau der Punkte im Fahreignungsregister. Nein, Punkte wirst du damit nicht abbauen. Aber sie wollen halt, dass du halt nochmal viermal sozusagen in den Theorieunterricht gehst. Und da wird dir nochmal eingebläut, dass du ein verständnisvollerer Fahrer werden sollst und rücksichtsvoller. Sie befinden sich in der Probezeit, und sind bisher nicht auffällig geworden. Welche Folgen könnten eintreten, wenn sie an dem Verkehrszeichen Halt, Vorfahrt gewähren, nicht anhalten und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährden? Okay, also alles ist gut. Du hast den Führerschein, bist innerhalb der Probezeit, aber bist noch über keine rote Ampel gefahren oder so. Und jetzt bleibst du an einem Stoppschild, nicht stehen. Erst über die Kreuzung drüber und da kommt jetzt ein anderer, der dabei irgendwie stark bremsen muss, ausweichen, vielleicht sogar irgendwie einen Schaden verursacht. Und die Frage ist jetzt, was passiert? Anordnung zum erneuten Ablegen einer theoretischen Fahrerlaubnisprüfung. Eintrag in das Fahreignungsregister. Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar für Fahranfänger. Also natürlich wird das Ganze festgehalten im Fahreignungsregister, also das Punkteregister. Und du musst ja leider zu so einem Seminar, also wie gesagt... Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar für Fahranfänger. Das würde ich dir nicht wünschen. Ich glaube, das kostet irgendwas zwischen 4 und 600 Euro und sind halt so 4 Sitzungen mit einer sogenannten... Ich glaube, eine Fahrstunde musst du auch noch nehmen. Also einfach umständlich. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? A2 kennen wir ja vielleicht schon. Das ist die Wasserstofftankstelle. Dann gibt es noch CNG für Erdgas und Autogas. Falls du weißt, was die Abkürzung für Autogas ist, schreib es mal unten in die Kommentare. Welche Dokumente müssen Sie mitführen, wenn Sie ein zulassungspflichtiges Kraftfahrzeug führen möchten? Den Führerschein. Die Zulassungsbescheinigung Teil 2. Fahrzeugbrief. Die Zulassungsbescheinigung Teil 1. Fahrzeugschein. Also kurz gesagt, was musst du dabei haben, wenn du mit dem Fahrzeug unterwegs bist und die Polizei hält dich auf und möchte dann von dir deinen Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen? Also Führerschein habe ich gerade eben schon gesagt. Machst du ja gerade. Und dann brauchst du die Zulassungsbescheinigung Teil 1. Das ist so ein kleines Heftchen, meistens dreimal gefaltet. Und dann steht dann drinnen, was ist das für ein Fahrzeug, welche Farbe, wie schnell, wie viel Leistung. Und eventuell auch so Tuning und Anbauteile, also Veränderungen des Fahrzeugs, werden hier festgehalten. In welcher Situation wird die eigene Geschwindigkeit häufig unterschätzt? Also wann denkst du, dass du eigentlich langsamer fährst, als du wirklich bist? Nach längerer Fahrt mit höherer Geschwindigkeit. Bei breiten und gut ausgebauten Straßen. Bei schmalen Straßen mit unebener Fahrbahnoberfläche. Nein, breite Straßen, wenn du lange Zeit hohe Geschwindigkeiten fährst, also zum Beispiel auf der Autobahn, gewöhnst du dich sehr schnell dran und dann fährst du von der Autobahn runter, denkst du, ja, du bist vielleicht schon so bei 60 oder so. Dann schaust du mal auf den Tacho, dann waren es vielleicht doch noch 100. Also da gewöhnt sich der Körper relativ schnell daran. So, wir haben alle Fragen beantwortet. Dann gehen wir die Prüfung mal ab und schauen, ob wir die Prüfung bestanden haben. Ja, mit null Fehlerpunkten. Das haben wir wieder mal sehr, sehr gut gemacht. Wenn du noch Probleme hast mit diesen Theoriefragen, dann check mal hier den Videokurs ab. Da habe ich alle Fragen, die in der Prüfung drankommen können, ganz genau erklärt, nach Themen sortiert, mit anschließender Lernzielkontrolle versehen, denn nur so ist sicher gegeben, dass du die Fragen und die Themen auch verstanden hast. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.